Hallo liebe Monagoristen. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag auch von mir. Wir zwei haben für euch heute was ganz schönes mitgebracht von Mama Okyo. Kleine Kinderschuhchen. Wie und für die süßen Kleinen hergestellt aus Baby Alpaka. Das stimmt. Genau. Baby heißt es deshalb, weil? Weil es die Wolle der ersten Schuhe ist. Genau. Sozusagen, wenn die geschoren werden. Die Alpakas wird daraus die Wolle gemacht. Die ist ganz fein und ganz weich. Genau. Sehr schön. Die sind atmungsaktiv. Natürlich atmungsaktiv. Antiallergien selbstverständlich. Völlig schadstofffrei. Wichtig für die kleinen Füßchen. Und ganz einfach zu reinigen. Per Handwäsche. Zeig doch gerade noch mal. Ich fahre noch mal kurz mit der Kamera ab. Das sind wirklich sehr schön. Sehr weich. Fühlen sich wirklich sehr gut an. Und sehen schick aus. Sehen sehr schick aus. Genau. Also schöne kleine Schürchen. Absolut. Viel Spaß damit. Bis bald. Macht's gut. Ciao.